Startup sein ist ja ein hartes Brot eigentlich. Wie überbrückt ihr diese Phase? Das ist natürlich energieaufwendig. Man steckt viele Stunden rein, viele Abende, viele Nächte. Man sieht aber trotzdem, was dabei rauskommt. Ich freue mich jetzt mal wieder, wenn ich einen Paketself hängen sehe, wenn ich dann auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel sehe, da hat wieder jemand ein Paket bekommen. Das macht so viel Freude. Die Kunden sind so zufrieden mit dem Produkt. Das gibt einfach enorm viel Kraft.